Hallo und herzlich willkommen Leute ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Titanfall mit dem Lorenz sieht man dich eigentlich auf dem Radar? Ne man sieht keine Unterschiede auf jeden Fall da ist der Lorenz. Ja er heißt auf jeden Fall Ringo in dem Spiel damit wir gleich auf seiner Statistik mal gucken können wie scheiße er ist da habe ich ihn gekillt man direkt Level 6 geworden lebst du noch ja aber ich hab noch einen gekillt oh Gott nein nach direkt mal zwei Kills gemacht nice oh scheiße ich bin hier gefisst Leute der war direkt Killed bei dir na scheiße weiter geht's wer ist deinem Team aktuell? oh Sempix across the map obwohl es gar keine Sempix ist LOL ich hab 5 Grunts mit einer Granate getötet nice ich hab eigentlich einen Gegner gekillt mit einer Granate also so ein Pilot warte ich hab Titan du hast einen Titan? oh ne ne was ist das auch noch na scheiße da wurde ich gekillt ja voll Hunger geschafft hab fuck was ist das denn für einer ach ich bin da unten ich hab schon drei gekillt ich hab jetzt immer oben im Gegnerteam geguckt das ist natürlich fail erst mal die Grunts ein bisschen Spawn Trapping was ist das denn? Leute ich hoffe Leute dass das diesmal für euch ein bisschen angenehmer ist weil ähm ich tatsächlich das Spiel letztes mal ein bisschen äh laut hatte und man mich ein bisschen schlecht verstanden hat ich hol meinen Titan Lorenz was? ja ready for Titanfall Titan incoming auf die Fresse meine Damen und Herren los geht's ok ich hab keine Zeit zu bleiben ok ich hab keine Zeit zu bleiben ok das SMG ist ja alter ich krieg wieder so ne schule EMP ab ja ok ich hol mal jetzt mal ey Lorenz weißt du was diese EMP immer macht? lol die Brotten ja nicht ach guck das wäre da nicht gut Lorenz Lorenz was? ab und zu bekommt man so einen EMP Schock ab dann sieht man nix mehr im Titan weißt du was das ist? ne zack auf die Goren da hab ich noch einen gekillt auf die Fresse hier komm komm mit rechts ist einer ja hier auf der Minimap follow me ja ja einfach block mich nicht du Lutscher da vor uns warum habt du ok boah den hol ich mir im Nachgang so der ist er down also ich ich bin aus dem Armband so ich hab nen gegnerischen Titan gekillt ne ich hab Titan in den Nahkampf in den Nahkampf in den Nahkampf in den Nahkampf umdrehen nice wir haben ihn ah dann zieh dich zurück mit deinem Schild 3 gegen Ratchet Titans gespawnt so findest du jetzt einen Spieler hab ich ja nice von diesen Teil ich hab grad einen einfach überlaufen ich hab ihn grad seine komplette Dataladung gegen geworfen ich weiß nicht wie sie schon ich hab ihn raus also ne Manhattan ist halt tot ok so so wir holen ihn von dir mal ich seh ja lautstelle die 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 sei up me ich bin das ich versyez mit der schализier ich hab ne Ich habe einen Titan kaputt gemacht, indem ich hinten raufgesprungen bin und ihn mit der Shotgun kaputt geschossen habe und mit der Pistole. Da aufstehst du, oder? Ja, Mann, ich hole mir direkt den nächsten Titan. Los geht's! Los geht's! Kommt ihr auf die Fresse hier! Komm, Leute! Wir schaffen das! Da habe ich wieder einen gekillt. Komm, hier ist ein gegnerischer Titan! Fuck! Na komm! Okay, jetzt muss ich mich wirklich zurückhalten. EJECT! EJECT! Ich musste rausspringen. Du gehst nur wie einfach! Guck, wie kommt ihr halt Seatdowns? Immer draufhalten, komm! Das ist schlichter Scherze! Doch, ich verweck mich! Nein! Ja, wir müssen uns den gegnerischen Titan holen, komm! Victory, Mann! Victory! Nice! Das ging richtig schnell! Los, zum Evakuierungspunkt! Wir holen uns die Schweine! Ja! Äh, Gegner ist der Titan! Ich komme über die Dämpfer! So! Ist weg, ist geflüchtet! Da ist er! Um die Ecke! Nee, nee! Wie sagst du denn auf? Ich versuch drauf zu springen! Na scheiße, er hat mich überrannt! Ja, wir haben noch nicht! Ja, wir haben noch nicht! Ah scheiße, okay! Ich dachte, wenn man das Sieger-Team ist, dann... Kann man wieder neu spawnen! Egal! Ich hab zehn Pilots gekillt, bin nur selber dreimal gestorben! Gails und Minions, drei Pilots Kills! Mehr als ausreichend! Das ist ein Dropship! Das ist ein Dropship! Wo bist du eigentlich? Ach, das ist die falsche Waffe! Ah, da ist der... Da ist der Lorenz! Da ist der Lorenz! Okay, das ist ein Dropship! Ja, Lorenz macht doch mit... Nice! Ja, du wirst mich verarschen! Wie soll ich den Spectrum nicht mehr gekriegt? Der hat so viel ausgehalten! Ey, guck dir mal... Guck dir mal unsere KDs an! 4,4! Ja gut, 4,4! Aber hier, guck mal, ich bin ihr bester meines Teams! Nice, nice! Geile Sache! Ja, hier... Level 5! Instant Level 7! So, ich bin Level 6! Und vielleicht noch... Ja, Instant Level 7! Nice! Du wirst mich verarschen! Ja, ich hab zwei Level gerade gemacht, jetzt automatisch! Und ich hab die... You have Mail, burn cards available! Ich hab die ARC Grenade-Fahr geschaltet... Ja! Und... Die... Äh... 97! Nice! Ja, ist... Hammer geil! Gut, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute! Haut rein! Ja, servus! Ich hab die F-Modent! Vault schlimm war den Aufmermeld! Ich hab die F-Modent. Ja! Ich hab die F-Modent. Wirst!